Musik Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf mich sehr herzlich bedanken für Ihre Einladung und dafür, dass Sie einen Gang durch den Frühling, diesen viel fragwürdigeren Auseinandersetzung mit Europa, zurückgestellt haben. Ich bedauere zwar, dass man einen so schönen Saal nicht nach außen öffnen kann, um ein bisschen frische Luft und Duft und Blüten hereinzulassen. Es wird langsam heiß. Aber wenn Sie, kann man, sehen Sie, nicht jeder Appell für offene Türen wird so schnell gehört. Vielen, vielen Dank. Aber ich hoffe, Sie profitieren alle davon. Jetzt möchte ich dem Vortrag von Gerald Hefner nicht einfach einen anderen an die Seite setzen, umso mehr, als er sich auf diese tollkühne, kleistische Formel eingelassen hat. und möchte meinen Vortrag doch schon als eine erste Antwort oder als den Beginn eines Gesprächs anlegen, weil das, glaube ich, dann für Sie in der Diskussion auch wesentlich einfacher ist, als zwei erratische, große, lange Vorträge dann irgendwie zu verknüpfen. Lassen Sie mich beginnen mit einem Dilemma, das Gerald Hefner begonnen hat zu beschreiben, als er sagte, wir leben in so spannenden Zeiten und er weiß nicht ganz genau, warum überall so eine Klage über die Zeit herrscht. Und ich würde der Aufklärung dieses Widerspruchs gern die ersten Sätze oder die ersten Gedanken widmen. Bei den alten Chinesen wünschte man einem wirklich bösen Feind, er möge in interessanten Zeiten leben. Und das muss ja auch eine Antwort auf Gerald Hefner sein, wenn man seinen bösesten Feinden wünscht, in interessanten Zeiten zu leben. Und er meinte ja, wir leben in einer sehr interessanten Zeit. Also ein Chinese hätte unsere Zeit seinem schlimmsten Feind gewünscht. Was ist die Auflösung dieser Sache? Ich denke, dass aus diesem Wunsch, aus dieser Verwünschung seines Feindes eine Erfahrung sichtbar wird, nämlich, dass das Interessante in der Zeit, die Umbrüche, die großen Geschehnisse, der Gang der Dinge, als ein Fatum wahrgenommen wird, als ein Schicksal, ein blindes Schicksal von oben, dem die Masse ausgeliefert war. Und man lebte friedlich in einem kleinen Dorf, bis es irgendeinem Fürsten oder dem Kaiser selber, irgendeinem Stamm, irgendeinem Kräften in der Dunkelheit eingefallen ist, etwas zu unternehmen, was dieses idyllische Leben zerstört hat. Man hatte auch nicht die Möglichkeit, Partei zu ergreifen. Ein Dorf, eine Familie, ein Städtchen wurden einfach in einem Krieg verwickelt, dessen Akteure sie gar nicht kannten und hatten den Preis zu zahlen. Sie konnten nicht wählen, welche Idee verfolgt wird. Sie konnten nicht Partei ergreifen, welche Idee bekämpft wird. Sie erlebten die großen Umbrüche als ein Fatum. Und das ist natürlich die Frage, wenn man jetzt die Klage über die Zeit hört, ob nicht wir, nicht auch wir, die großen Umbrüche dieser Zeit, die Globalisierung jedenfalls, aber vielleicht auch Europa, als ein solches unbeeinflussbares Fatum von oben erleben. Und schon in der Sprache ist ja der Weg von der Klage zur Anklage ein kurzer. Und deshalb möchte ich mich gerne auch mit der Frage der Kritik an Europa auseinandersetzen. Wo ist sie nur Klage, die vorschnell zur Anklage wird, Projektionsfläche, Ausdruck der Ohnmachtsgefühle, Ausdruck dieser Entfremdung, dass es ein Europa der Eliten ist, ein von anderen bestimmtes, nicht ein Europa der Bürger, jedenfalls. Wo sind aber auch die dunklen Mächte, die uns zur Parteinahme verpflichten, gleichgültig wo wir sind? Komisch, dass man in Irland über Europa so spricht und in Österreich über Europa so spricht und in Spanien so mit ganz anderen Fakten, aber wenn man nachschaut, sehr national befangen, so dass mir sehr oft in dieser Kritik, so heftig ich die Entwicklung in Europa kritisiere, aber diese gängige Kritik, in der empfinde ich Europa viel öfter als Opfer, jedenfalls die Idee Europa, denn als Täter. Und die Täter und ihre Interessen und die dunklen Mächte, oder man kann sie auch die Dämonen nennen, sind ganz anders. Und ich denke, in einer Demokratie kann es eigentlich keine schlimmere Tragödie geben, als wenn die Menschen verführt werden, gegen ihre eigenen Interessen zu handeln. Verführt werden, gegen ihre eigene Zukunft zu handeln. Und ich möchte das etwas beleuchten. Im Profil, im letzten Profil, glaube ich, wurde, bezeihen Sie mir den Einschub, das unsägliche Buch von Hans-Peter Martin rezensiert, die Europa-Falle. Und es erinnert mich dieses Buch daran, dass dieses immer dann, wenn das Schicksal als Fatum begriffen wird, sich Ohnmachtsgefühle aus breiten Entfremdungen zwischen den Menschen und der Politik entstehen, dass das auch nicht nur die Zeit der Dämonen, sondern auch die Zeit der Demagogen ist. Ich will mich aber mit diesem Buch nicht länger beschäftigen. Es ist eine obsessive Ansammlung von Anekdoten, von Halbwahrheiten, von Unwahrheiten, mit einem einzigen Ziel, dieses Europa anzuklagen. Interessant war aber, der Redakteur im Profil Lingens hat gemeint, wenn eine solche politische Anklage gegen ein nationales, politisches System erhoben würde, würde das praktisch eine nationale Krise mit Untersuchungsausschüssen, Parlamentsuntersuchungen, Verfassungskrise bedeuten. Und ich lese noch einmal die Punkte, die hier angeführt wurden und bin über diesen Satz sehr erstaunt gewesen. wie über manche Debatte über den Lissabon-Vertrag, wo es erscheint, als würde man aus einer lebendigen, strahlenden Demokratie heraus Verluste und Fehlentwicklungen beklagen, die im Nationalstaat gänzlich undenkbar werden. Das Gegenteil ist der Fall. Viele dieser Kritiken sind im eigenen Staat ja, hoch 10 der Fall. Eine Anklage lautete, das Parlament hat keine Initiativrechte. Und es ist wahr, es hat historische Gründe, Mittelstaaten sind da übereingekommen, und das Parlament hat sich dagegen auch nie gewehrt, aus guten Gründen, die könnten wir in der Diskussion besprechen. Aber eines ist interessant. Diese Kritik wird formuliert, von Hans-Peter Martin, bis Attack, bis zu Austrittsbewegungen, ungeachtet der Tatsache, dass 99 Prozent aller Gesetze in Europa, in den Nationalstaaten, per Regierungsinitiative beschlossen werden. Und nicht mit Parlamentsinitiative. Das ist die Norm, in allen nationalen Parlamenten. Es wird nicht erwähnt. Es wird nicht diskutiert. Es geht also darum, dass ein im Nationalstaat völlig normaler, selbstverständlicher Vorgang auf europäischer Ebene skandalisiert wird. Europa ist eine ungeheure Bürokratie. Gesetze werden von der Bürokratie beschlossen. Ich kenne keinen Bereich, in dem Gesetze so wenig von der Bürokratie beschlossen werden, wie Europa. In den Nationalstaaten haben wir die Ministerialvorlagen, die automatisch zu Regierungsvorlagen werden, die in den Parlamenten automatisch zu Gesetzen gemacht werden. In Europa gibt es mindestens im Gemeinschafts-Europa eine sehr intensive Auseinandersetzung in den Parlamenten, im Rat, in den Nationalstaaten über die Gesetzgebung. Diese gesamte Gesetzgebung im Parlament ist öffentlich. Im österreichischen Nationalrat sind Ausschüsse nicht öffentlich. Seit 15 Jahren bin ich im Europäischen Parlament. Ich kenne nur öffentliche Ausschüsse. Wir tagen niemals ohne, dass nicht 50, 100, 200 Menschen aus ganz Europa, wer immer will, diesen Vorgang beobachtet. Jede einzelne Argumentation. Ich könnte diese Serie jetzt fortsetzen, nur was mir so bezeichnend erscheint, ist, warum messen wir mit zweierlei Maß? Zum Beispiel Volksabstimmung über den Lissabon-Vertrag. Weder die deutsche Verfassung noch die österreichische Verfassung ist jemals, weder die der ersten Republik noch der zweiten, einer Volksabstimmung unterzogen worden. In Deutschland gibt es keine Volksabstimmung. Und sie wurde von den Gründervätern, wenn ich das jetzt vereinfachend sagen darf, ist nicht ganz präzise, gar nicht vorgesehen. Als Reaktion auf die Geschehnisse des Nationalsozialismus. Aus einem historischen Bewusstsein, dass direkte Demokratie auch entgleisen kann. Und unerhörte Vorgänge in, wir haben, die direkte Demokratie war für uns sozusagen eine unantastbare Idee, bis wir gemerkt haben, dass man mit Flüchtlings- und Asyl- Volksbegehren die Menschen auch aufhetzen kann, verführen kann, die Gesellschaft spalten kann. dass dieses Instrument nicht in jedem Maß das Progressive, das Humane, das Demokratische garantiert, sondern durchaus Instrument des Gegenteils eingesetzt werden kann. Was übrigens von Napoleon III., der ein Meister in Plebisziten war, bis heute auch immer wieder, bis zu den Faschisten, auch immer wieder getan wurde. Also die Frage ist, warum messen wir Europa mit anderen Maßstäben? Europa sei ein bürokratischer Moloch. Dieses Europa, das nun zwischen 60% und 75% lassen wir diesen Streit, also ein wesentlicher Teil unserer politischen und rechtlichen Entscheidungen trifft, dieses Europa hat eine Verwaltung, die ist kleiner als die Verwaltung der Stadt Wien. Dieses Europa, das heute aufgefordert wird, die Finanzkrise, die Wirtschaftskrise, die Globalisierungskrise zu bewältigen, deren 27 Mitgliedstaaten bis über 50% Staatsquote haben, an Einnahmen und die Europa gerade einmal 1% Einnahmen gewähren, um 60% der Aufgaben zu erledigen. 60% der entscheidenden Zukunftsfragen werden von einem Apparat getroffen, der kleiner ist als die Stadtverwaltung von München, mit 1% des Bruttonationalproduktes mit Mitgliedstaaten, die 51% haben. Ich sage das krass, um Ihren Blick auf etwas zu richten. ist das eine angemessene Kritik oder geht es hier um Demagogie? Und wenn es um Demagogie geht, in wessen Interesse? In welchem Ausmaß? Sehen Sie, wir haben diskutiert, weil das eine Sache war, dessen Scheitern mir besonders nahe ging, weil ich auch in diesem Kampf involviert war, die Frage der sozialen Rechte und der sozialen Dimension der Europäischen Union, die einer der schwierigsten, kritischsten Fragen ist. Und ich bin gerne bereit, bis zum Äußersten diese berechtigte Kritik zu formulieren. Aber zu behaupten, die Charta der Grundrechte wäre zu wenig, weil die sozialen Rechte nicht vollständig oder durch die Politiken nicht entsprechend real ergänzt werden, ist dort absurd, wo ich darauf hinweisen darf, dass wir sie in Österreich gar nicht haben. Wir haben keine kodifizierten sozialen Grundrechte. Wir haben eine Tradition, wir haben festgelegte Gesetze, die man nach unserer Praxis jederzeit ändern kann. Bei uns ist ein Gesetz noch Zweidrittelmehrheit, nicht ein Grundvertrag der Gesellschaft. Und dann frage ich mich, ich will es Ihnen an einem Beispiel vorführen. Also, noch ein Beispiel, wir haben ein Parlament, das 92 Prozent der Regierungsvorlagen ohne jede Veränderung zum Gesetz erklärt. Ohne jede Veränderung. Das heißt, wir haben ein Parlament, das im Wesentlichen eine Art Staatsnotar, eine Legitimationsmaschine der Ministerialbürokratie und der Regierung ist. Wir haben ein europäisches Parlament, in dem 89 Prozent der Kommissionsvorlagen drastisch verändert werden oder abgelehnt. Ein Parlament, das sich heute vor den Bürgern rechtfertigen muss, ob es überhaupt eins ist, das enorm darunter leidet, dass es mit 40 Prozent Wahlbeteiligung bei der letzten Wahl von den Bürgern selber an die Grenze der Delegitimierung getrieben wird. Und das, was die Wirklichkeit eines Parlaments betrifft, die Ausübung vom Parlamentarismus, für jedes nationale Parlament geradezu ein unerreichbares Vorbild ist, was Öffentlichkeit betrifft, was das Fehlen des Fraktionszwangs betrifft. Wenn Sie ein nationales Parlament anschauen, dann kann ich Ihnen sagen, ob es das englische, französische oder deutsche oder italienische ist, wie die Abstimmung ausgeht. Wenn ich die Zusammensetzung der Parteien kenne, weil sie nach Regierungsmehrheit gegen Opposition beschlossen werden. Jeder Antrag, jeder Oppositionsantrag, weil man mir nicht einmal, sondern hundertmal im österreichischen Nationalrat gesagt hat, aber Herr Kollege, Sie haben Recht, aber wir haben die Mehrheit. Und weil ich im Europäischen Parlament seit 15 Jahren erlebe, dass ich vor einer Abstimmung nicht weiß, wie sie ausgeht, weil niemand es weiß, weil es keinen Fraktionszwang gibt, weil einer aufstehen kann und ein Argument nennen, das jemanden überzeugt, weil ich selber, obwohl einer kleinen Partei Berichterstatter in zwei der größten Berichte war, niemals würde ich in einem nationalen Parlament als Angehöriger einer kleinen Fraktion eine solche Aufgabe übertragen zu bekommen, Berichterstatter des Parlaments in den Grundrechten zu sein und in der Verfassung. Und ein Berichterstatter, den es gar nicht gibt in unserem Parlament, weil dort die Regierung sagt, was Gesetz ist, dieser Berichterstatter macht nun einen Vorschlag über dieses Gesetz in monatelangen Verhandlungen, in öffentlichen Ausschüssen, in Anhörung der Zivilgesellschaft, um dann eine Abstimmung zu treffen, ohne Fraktionszwang. Also, was ist das? Ist das wirklich alles berechtigte Kritik oder darf man hier vermuten, dass manches einfach anderen Interessen dient? Ist da etwas anderes am Werk als die Kritik an diesen Vorgängen? Und ist die Kritik womöglich die Berechtigte auch noch ganz wo anders? Nehmen Sie etwas, was für mich ein sehr entscheidendes Erlebnis war. Nach den Verfassungskonventen komme ich nach Österreich und wie es hier so üblich ist in der Politik kaum fliegt irgendwo ein Wort herum schnappen kommen die Parteien und schnappen sich dieses Wort und daher gab es auch einen Österreich Konvent Er hatte zwar mit dem Konvent in Brüssel gar nichts zu tun er war weder öffentlich noch wurde die Zivilgesellschaft angehört er hatte kein Mandat des Parlaments man hat überhaupt nicht nachgedacht dass ein Konvent in einem Nationalstaat was Absurdes ist weil es hier nämlich eine gewählte verfassungsgebende Versammlung gibt das Parlament aber in Europa gibt es keine verfassungsgebende Versammlung daher war dort die Erfindung der Konvent aber er tagte öffentlich er tagte mit einem klaren Mandat und hier nach Jahrzehnten nach Jahrzehnten wo wir viele solche Diskussionen und Vorträge gehabt haben zusammen wo wir gesagt haben ist der Parlamentarismus in Österreich eigentlich schon verwirklicht gibt es eine wirklich republikanische Grundordnung gibt es die Gewaltenteilung zwischen Exekutive und Legislative oder flutscht das nur so im Parlament von den Abhängigen von den Parteiobleuten auf die Liste geschriebenen Abgeordneten die sie eigentlich kontrollieren und die eigentlich ihre Vorgesetzten sein sollen und warum haben wir noch immer keine Grundrechte und warum ist die Unabhängigkeit der Medien nicht so in der Verfassung verankert dass ein ORF Generalsekretär nicht mal mit einem Kommissiarposten ausgetauscht werden kann und sich in Wahrheit bis zu den Sendeminuten sich die Parteien die Öffentlichkeit aufteilen dieses öffentlich-rechtlichen Rundfunks und dann gab es einen Prozess der Verfassungsrevision und ich warte bis zum heutigen Tag dass man an diesem Ergebnis eine ebenso fulminante Debatte auftaucht wie gut das denn ist ob jetzt der Parlamentarismus endlich eingeführt ist ob die Öffentlichkeit der Gesetzgebung bis in die Ausschüsse eingeteilt ist ob es Volksbegehren gibt die automatisch zu Volksabstimmungen führen oder nicht wo denn die sozialen Rechte in einer kodifizierten Grundrechte Charta dieser Republik verankert werden wir haben kein Streikrecht in der österreichischen Verfassung ich weiß nicht ob das jemand weiß wir haben eine Tradition der Duldung wenn es irgendeinem in kritischen Zeiten irgendeiner Partei einfallen sollte zu sagen dem ist nicht so dann können wir nur hoffen dass die Judikatur hält wie in vielen Bereichen wir einfach nur hoffen können dass es wir einen Verfassungsgerichtshof haben der der das hält aber ich werde in Europa konfrontiert mit der Frage ist das wirklich ausreichend sind die europäischen Grundrechte wirklich hart genug verankert und dann muss ich aber in Brüssel nicht einmal sondern zehnmal buchstabierend versuchend zu klären warum in Österreich ein Slowene dem seit 70 Jahren vertraglich und verfassungsgemäß die Ortstafeln zuerkannt werden mit 70 durch einen Ort fahren muss damit der Gendarme ihn erwischt und er damit zum Verfassungsgerichtshof gehen kann um seine Minderheitenrechte zu verteidigen womit er natürlich nicht seine Minderheitenrechte verteidigen kann sondern er muss sagen dass er eigentlich zu Unrecht bestraft wurde als er mit 70 durch den Ort gefahren ist weil das Ortsgebiet in dem 50 vorgeschrieben ist nicht formal rechtmäßig angekündigt war und das würde ich sie bitten einmal einem Engländer oder einem Franzosen zu erklären und beim dritten Mal habe ich es aufgegeben habe nur mir gesagt es ist sehr kompliziert was den Slowenen nicht wirklich hilft also noch einmal die Frage ist diese Kritik wie die Kronenzeitung sie täglich abfeiert ist das worüber wir reden diese Klage die so schnell zur Anklage wird und die wir im eigenen Land den eigenen politischen Verhältnissen mitnichten leisten warum ist das so wenn man die Zeiten zu einer Zeit der Klage und damit auch der Dämonen und der Gespenster und der Demagogen wird dann ist es immer auch eine Frage wie weit sich hinter der Klage über eine Zeit die Sinnfrage des Lebens verbirgt mindestens des Soziallebens und wenn wir das so betrachten dann sehen wir dass die Werte um die wir uns versammeln oder die großen Ziele um die wir uns versammeln könnten fehlen auch wir haben ja was denn den Wohlstand und die Sicherheit als Hauptziele der Gesellschaft und dahinter und darüber worauf verständigen wir uns was sind die großen Ideen die uns vereinen die 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 Herzen entzünden die Hirne erleuchten wo treffen wir uns und sagen ja das ist ein Projekt das ist ein kollektives Unterfangen dem widmen wir uns könnte Europa sollte das nicht eines sein war das nicht eine Idee war da nicht ein Friedensprojekt bevor es ein Geldprojekt bevor es ein Wirtschaftsprojekt war war da nicht der Traum vom grenzenlosen Zusammenleben nicht geteilt durch Schlagbäume man lebt arbeitet heiratet wird alt am Strand oder in den Bergen studiert in Cambridge oder in Palermo lebt zehn Jahre in Warschau fünf in London und kehrt zurück wird alt in Österreich oder umgekehrt war das nicht dein Traum und jetzt wo ein Teil dieses Traums erfüllt ist ist das grenzenlose nur mehr Ausdruck der Globalisierung Geld und Waren marschieren durch und zerstören unsere nationale Souveränität also wie gehen wir mit dem Traum um oder hat ihn uns jemand weggenommen und macht damit auf unsere Kosten was er will und ist das nur mehr ein ferner Schatten dessen was wir eigentlich wollten und dann gibt es Leute die sagen das Friedensprojekt ist längst konsumiert hört auf Europa zu verteidigen mit dem Friedenskonzept das war einmal gut danke das war wunderbar aber heute ist das doch wer sollten heute also für jemand der in Europa arbeitet ist das schwer zu ertragen als die Sowjetunion zusammenbrach war jeder der sich irgendwie historisch beschäftigt oder irgendwo historisch gebildet ist sich dessen bewusst dass noch niemals in der Geschichte ein Imperium friedlich zusammengebrochen ist es gab eine friedliche Implosion eines Imperiums nicht in der Weltgeschichte wenn sie heute einen Blick werfen dann werden sie feststellen dass auf diese Geschichte der Sowjetunion das am der Südseite des russischen Bären also gegen das Schwarze Meer in den türkmenischen Staaten das auch nicht friedlich abgelaufen und auch nicht friedlich abläuft und dass sie von zahllosen Regionalkonflikten von Georgien Mosinzien Kasachstan die gesamte Breite bis nach Sink-Jang ein einziger Konfliktbereich ist während in Europa der andere Teil macht politisch nicht weniger wichtig für die Sowjetunion friedliche einen friedlichen Transformationsprozess nach Europa erlebt hat also soll einer ernsthaft sagen dass diese europäische Integration nicht einen friedenspolitischen Aspekt realisiert hat nicht vor 60 Jahren sondern in den letzten 20 und wenn heute jemand wie ich viel in Polen und Tschechien den aufstrebenden Nationalismus sieht und die Dämonen der Vergangenheit sieht dann muss man auch wahrnehmen dass die im Augenblick nur gebändigt werden durch diese europäische Spange ich war in Tschechien und habe mit dem Senat verhandelt über die Ratifizierung des Lissabon Vertrages und da gab es eine Passage es war ein ziemlich kritisches Gespräch ein sehr von nationalistischen Tönen beherrschtes Gespräch und dann gab es eine Passage als der Senatspräsident sprach die die Dolmetscherin nicht übersetzte weil man so in der internationalen Diplomatie das gewohnt ist und natürlich weiß dass nicht übersetzte Teile die wichtigsten sind haben wir natürlich auch eigene Übersetzer mit und es kam die Übersetzerin zu mir und sagte Sie haben schon gehört dass da ein Teil nicht übersetzt wurde Sie wissen was nicht übersetzt wurde der Senatspräsident im tschechischen Senat hat gesagt wir wissen schon dass Sarkozy die Münchner Mächte um sich sammelt ich sage das nur weil das ungeheuerlich und undenkbar und für uns eigentlich unfassbar ist und im diplomatischen politischen Verkehr eine Unerhörtheit ist Rückgriffe auf diese Geschichte gegenüber einer Europäischen Union damit Sie sehen welche Potenziale da dahinter stehen was zum Beispiel der Nationalismus an Kritik an der Europäischen Union leistet hat die FPÖ zum Beispiel oder die Kronenzeitung dem eigenen Verfassungsprozess im eigenen Land diese Aufmerksamkeit gewidmet der Öffentlichkeit der Gesetzgebung der Kontrolle der Exekutive dem Verfassungsprozess dass der Verfassungsentwurf zum Beispiel einer Volksabstimmung unterzogen werden wird ja es ist schwierig einen Kompromiss von 27 Staaten so weit zu erklären dass er 27 nationale Volksabstimmungen mit jeweils absoluter Mehrheit überlebt aber wie kann man das fordern wenn man nicht einmal für die eigene Verfassung diese Forderung erhebt und sagt bitte da gibt es einen Österreich Konvent dessen Ergebnisse im Übrigen also von einer Dürftigkeit sind dass der Lissabon Vertrag ja der amerikanischen Verfassung gleicht dem gegenüber aber wo ist die Forderung die Ehrlichkeit die Integrität nicht eine grundsätzliche nationalistische Europa Skepsis dahinter zu verbergen sondern wirklich die Dinge mit gleichem Maß zu messen und beim eigenen in der eigenen Gemeinschaft im eigenen politischen Gemeinwesen zuerst anzufangen ich will die Dinge nicht gegeneinander ausspielen ich wäre sehr dafür dass dieser Verfassungsprozess in Österreich ein umfassender Demokratisierungsprozess wird dem Parlament endlich die wirklichen Rechte eines republikanischen Parlaments gibt das Parlament öffnet die Gewaltenteilung herstellt die Volksabstimmungen auch über die Verfassung herstellt die sozialen Grundrechte in einer kodifizierten Grundrechte Verfassung festlegt die Regierung einer massiven Kontrolle des Parlaments aussetzt die Landtage demokratisiert Bezirksverwaltungen nicht als weisungsgebundene Außenstellen der Landeshauptleute sondern zum Beispiel demokratisch gewählte Bezirksversammlungen zu machen also wir haben einen umfassenden Demokratiebedarf in Österreich und ich frage mich warum das verschiedene Maß warum die Allergie der Versuch der Vernaderung der Anschwärzung der beständigen unentweckten fragwürdigen Darstellung Europas und das Verschweigen chronischer Jahrzehnte alter schwerster Fehlentwicklungen im eigenen Land woher woher kommt das ist das wirklich so dass der Nationalismus ausgestorben ist und wenn ich Souveränität höre Souveränität die Selbstbestimmung die hat bitte nichts mit nationaler Identität zu tun das ist die Souveränität eines Menschen die Souveränität einer Stadt sich selbst zu verwalten die Souveränität einer Region und ist Europa da wirklich ein Anschlag erinnern wir uns doch was war das größte Verschmelzungsprojekt von Vielfalt in Europa der Nationalstaat er hat nicht die Vielfalt Europas hervorgebracht er hat sie eingeschmolzen von Hunderten von Landschaften von freien Städten von selbstverwalteten Stadtrepubliken von Landschaften die offen und frei waren hin zu einem einem Einschmelzungsprojekt wo in Frankreich das viele Sprachen gesprochen hat nur mehr eine und wo es nur mehr ein Prinzip gibt bist du Franzose bist du nicht Franzose bist du Franzose gehörst du zu uns bist du kein Franzose bist du fremd bist du Österreicherin gehörst du zu uns bist du nicht Österreicherin bist du fremd das war der Nationalismus die aggressivste Erfindung Europas und die jüngste die jüngste Identität denn das offene Europa hat ja tausende Geschichte der Nationalstaat hat gerade drei bis vierhundert Jahre und jetzt klammern wir uns an dieser nationalen Identität fest als Ausdruck das seien wir wirklich und wenn das nicht ist dann gehen wir verloren ist es denn nicht so dass Europa viel mehr mit der Vielfalt der Antike oder des Mittelalters zu tun hat als der Nationalstaat und wenn ich anschaue das Verhältnis Europas zu den Regionen die Regionen haben eine unglaubliche Erwartung an Europa eine unglaubliche sich dem Diktat des Verschmelzungsprozesses ihr seid alle in erster Linie sei ja nicht Provençale sei ja nicht Bretone sondern du musst oder sei ja nicht Katalane du musst Spanier sein es ist schwierig in Spanien Katalanisch zu reden kann Europa in dieser großen Ordnung mehr regionale Vielfalt zu lassen mehr Selbstverwaltung mehr Souveränitäten mehr Offenheit ja es ist richtig Europa war ein Projekt der Eliten anders wäre es nicht zustande gekommen und ich will das begründen und einschränken es wäre nicht zustande gekommen weil hätte man die Idee eines gemeinsamen Europas oder auch nur Kohle und Stahl also die gemeinsame Verwaltung von Kriegsgütern so hat das ja ein das war die Idee von Kohle und Stahl dass Frankreich und Deutschland nie mehr Krieg führen können gegeneinander hätte man das hätte man das nach Millionen Toten nach Auschwitz einer Volksabstimmung unterzogen im Jahre 1950 in der Verwundung in der Verwundung in der Verwundung Verletzung dem Entsetzen dem Schock dem Hass mitten nah unmittelbar nach dem Krieg aber das war also legitim und notwendig Aufgabe der Eliten einer friedenspolitischen eine friedenspolitische Führung das Problematische war erst als die wirtschaftliche Integration sich dieser Instrumente bediente und als sie die Notstandsmethoden des Friedensprojektes für die Durchsetzung ihres ökonomischen Interesses durchgesetzt haben und Schuld war etwas anderes ich bin ja dafür so manche Säulenheiligen der europäischen Integration vom Sockel zu stoßen weil der einzige der mir wirklich unantastbar erscheint auf keinen zumindest keine öffentlichen Denkmäler erhält jener Teil der europäischen Integration bis Maastricht von jenem Gründungsprojekt Kohle und Stahl abgesehen das ist zumindest berechtigt erscheinen lässt die Gründer die schon erwähnten Gründer Väter und ganz wenigen Mütter damals hat die Politik keine zugelassen auf Sockeln zu stellen aber dann ab den Römerverträgen war ja die ökonomische Logik die pure klare ökonomische Logik das was die europäische Integration vorangetrieben hat und zwar nicht anders als das in der französischen Nationalstaatsbildung war und die Parallelen sind tatsächlich sehr sehr verblüffend natürlich war klar dass die Fürsten die Vorstellung aufgeben mussten alle 30 Kilometer einen Zollschranken zu errichten und durchgehende Waren an jeder Ecke zu besteuern weil die Ware nicht sehr weit kam denn nach 250 Kilometer war sie glatt viermal so teuer also es kamen gar keine Waren von einem Fürsten über das andere Fürstentum wenn jeder dort einmal 20 Prozent draufgeschlagen hat natürlich war daher auch in Frankreich des 17. Jahrhunderts die erste Frage einen Markt die Waren die wir produzieren mit den neuen Produktionsmöglichkeiten und Maschinen und sich beginnenden beginnenden Ansätzen von Manufakturen und Industrien bedurften eines größeren Marktes und das war auch in Europa so und nicht anders es war absurd dass wir alle von der Schweiz nach Österreich und dann nach Deutschland und jede Ware und jedes Ding musste verzollt und versteuert und so weiter werden und dann kam der Protektionismus der noch jede Küchenmaschine mit Sicherheitsmaßnahmen belegt hat die sicher in Portugal nicht gemacht werden damit der Portugiese die Küchenmaschine nicht in Österreich verkaufen konnte dieser Binnenmarkt ist also relativ automatisch entstanden entlang ökonomischer zwangslogiken Interessen genauso wie das Geld es ist nicht sinnvoll an jeder Grenze das Geld wieder mit den 10 Prozent 5 Prozent 2 Prozent Aufschlägen Umrechnungen und so weiter es ist eine moderne Wirtschaft kaum in der Lage ununterbrochen 20 Währungen in einem Konzern zu rechnen mit allen Risken der Abwertung der Instabilität ist absurd also hier große heroische Leistungen für die Politik abzuleiten ist verfehlt das hat die ökonomische Logik schon selber bewerkstelligt und dann in Maastricht war aus in Maastricht ging es um das um das was uns ja dauernd bewegt um die Frage der politischen Einheit die die ja am Anfang versprochen wurde da war ja nicht die Rede von 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 Binnenmarkt und von 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 gemeinsamer Währung 1972 war schon von einer von einem sozialen und wirtschaftlichen Regime im Werner Plan die Rede eine Verteidigung Verteidigungsunion war schon die Überlegung in den 50er Jahren gescheitert das politische Europa in Maastricht als der Binnenmarkt und die der Euro beschlossen und durchgesetzt war da erfolgte eine Geburtsfehler der politischen Integration Denn die Regierungen nicht mehr unter dem Zwang einer ökonomischen Logik haben die politische Einigung Europas nicht so organisiert wie die wirtschaftliche Die wirtschaftliche ist organisiert wie in einem Bundesstaat Es lässt sich nicht unterscheiden es ist eine rein föderale politische Ordnung Es gibt europäische Gesetze durch ein Parlament eine Regierung Kommission überwacht von einem Gerichtshof in öffentlicher Gesetzgebung mit Wahlen an das Parlament Der gesamte Bereich der politischen Einigung wurde intergouvernmental organisiert Das heißt er wurde den Staaten entwunden unter dem Vorwand es zu europäisieren riesige Macht Bereiche Außen- und Sicherheitspolitik Innere Sicherheit Justiz Polizei große Teile der gesamten sachpolitischen Bereiche Aber dieser Bereich wurde den nationalen Souveränitäten entwunden ist aber in Europa nie angekommen sondern wurde in einer Twilight Zone in einer Dunkelzone der Macht zwischengelagert indem die Regierungen das Sagen haben ohne ihre Parlamente ohne ihre Bürger ohne europäische Institutionen ohne europäisches Parlament ohne Öffentlichkeit der Gesetzgebung hinter verschlossenen Türen dort sind sie was keinem Demokraten einleuchten kann Verwaltung Regierung Gesetzgeber und Verfassungsgeber in einem dort haben sie eine Macht installiert die es niemals nach der französischen Revolution in einer Demokratie gegeben hat niemals nach der französischen Revolution hat es in Europa eine Demokratie gegeben in der die Exekutive das darf und das kann und es widerspricht unseren grundlegenden demokratischen Prinzipien und es wird nicht diskutiert in dem ob es Attac ist oder ob es der Herr ob es die Kronenzeitung ist und der Herr Dichand oder der Herr Schachtschneider einer der Kronzeugen aller möglichen Richtungen dieser Skandalon das eigentliche Skandalon der nationalen Exekutiven die sich Europa okkupieren von den eigenen Bürgern und eigenen Parlamenten entfernt aber auch von den europäischen Institutionen ungeschoren und unkontrolliert das wird nicht diskutiert wir sind in einem Wahlkampf da wird über soziales Europa geredet machen sie eine Probe wenn sie bei einer der Wahlkampfveranstaltungen den Herrn Feinmann treffen kann ich Ihnen die Antwort sagen weil ich habe ja ÖVP SPÖ ich habe Sozialdemokraten und Konservative in den Konventen erlebt sie waren gegen das soziale Europa nicht dass man nicht eine Transaktionssteuer da oder vielleicht eine Einkommens Einkommenssteuer Harmonisierung dort ist schon alles fast Utopie aber nicht dass das völlig undenkbar wäre eines ist undenkbar dass Europa den Menschen etwas geben darf es darf nämlich nur etwas nehmen ich nenne das das Tirol Syndrom das habe ich da so kennengelernt Landeshauptleute die mit einem Feuerwehrauto in der Linken unter dem Kindergarten unter dem rechten Arm durch die Dörfer fahren und wie in alter Landesfürsten Manier Schenke Geschenke und huldvolle Gaben aus der Landesregierung bringen das ist Sozialpolitik geben für das Nehmen ist in Tirol Wien zuständig als ich im Verfassungsausschuss in Österreich die Bundesstaatsreform verhandelt habe sind wir am mangelnden Föderalismus der Landeshauptleute gescheitert ist doch seltsam würden sie nicht glauben wird auch selten geschrieben weil wir wollten nämlich dass sie Steuerhoheit haben also ein Inbegriff eine Steigerung des Föderalismus Länder können je nach ihrem Bedarf selber als Gesetzgeber sind ja konstitutionelle Regionen in Österreich wie in Deutschland mit Parlamenten Steuerhoheit ausüben das empfanden sie als unerhörte Zumutung weil sie ja fürs Geben zuständig sind und in Wien ist fürs Nehmen zuständig und daher tun sie lieber über eine Landeshauptleute Konferenz und über Finanzausgleich dem Bund mehr Mittel mitgeben aber bitte Steuereintreiber ist gefälligst Wien und so nach diesem logischen Muster ist Europa grundsätzlich fürs Nehmen zuständig von dort wollen wir nur schlimme Nachrichten und nicht Gute das heißt wir haben es erstens mit zwei Europa zu tun und ich kann eine Kritik ja schon nicht mehr hören die nicht einmal imstande ist diese zwei Europa vor den Menschen endlich einmal zu unterscheiden wir haben ein Gemeinschafts-Europa und wir haben ein intergouvernementales Europa das sind zwei konstitutionelle Ordnungen das eine hat ein Parlament hat eine öffentliche Gesetzgebung hat Wahlen hat Gewaltenteilung hat einen Gerichtshof hat Rechnungshäufe hat Offenlegungspflichten Informationsrechte für die Bürger und das andere ist eine Dunkelzone unserer Exekutiven die dort als Gesetzgeber hier ins Flugzeug steigen als Minister und dort als Gesetzgeber aussteigen aber wo hören Sie das und warum hört man es nicht warum hört man es nicht weil es dem Nationalismus gefällt wenn die eigenen Regierungen die finden dabei nichts Hauptsache wir entscheiden ist es demokratisch ein Vetorecht ich sage bei Schulklassen geht das relativ schnell Schulklassen sind sehr oft 27 das ermöglicht mir diesen Gag ganz besonders weil manchmal treffe ich es wirklich und es sind 27 bin ich mir ganz besonders erfreut und da kann ich sagen ihr seid jetzt Rat schauen Sie sich an sage ich Premierminister England französischer Präsident deutsche Bundeskanzlerin Österreich verteile ich die Rollen und sage ich so stellt es euch vor ich gebe euch eine Frage worüber habt ihr in letzter Zeit gestritten dann kommt dann irgendwas von Skiurlaub oder was ich mache und sage ich so ich sperre euch jetzt ein und dann sage ich nur wenn ihr einstimmig seid lasse ich euch wieder aus also erstens dass ich nach vier Wochen ihre Skelette abholen könnte wissen die ganz genau was beginnen würde der eine beginnt den anderen zu erpressen aber wenn du mich nicht abschauen lässt bin ich nicht für deinen Skiurlaub und wieso soll ich da dazu sein jetzt sehe ich 26 sind dafür wenn ich nein sage könnte ich doch sagen aber ich kriege da nicht aus dem Wurstbrot und so ja Entschuldigung ich mache Schluss das heißt dieses Europa des Vetos ist natürlich ein rein nationalistisches wo jeder Nationalstaat versucht mit einem Veto mit Demokratie hat das überhaupt nichts zu tun das heißt die Frage Europa hat unerhörte Schweichen und es hat einen ungeheuren Transformationsprozess und das Ziel heißt tatsächlich aus einem Projekt der Eliten eine Respublika zu machen das ist das Ziel aus einem Projekt der Eliten eine Respublika zu machen aber mit einer europäischen Bürgerschaft und mit einer europäischen Volksabstimmung und einem europäischen Parlament und nicht in der Zersplitterung Europas von eigenbrötlerischen Nationalstaaten die sich argwöhnisch mit ihren Exekutiven gegenüberstehen und ich glaube dass die Verwandlung des Nationalstaates die Kritik der nationalen Verhältnisse uns helfen wird ein ganz schönes Stück auf diesem Weg nach Europa voran zu kommen und dass zum Beispiel wir die Kritik an Europa bei genauer Betrachtung sehr oft an die eigenen Regierungen wenden müssten erstens sind sie die Herren der Verträge und haben Europa so gemacht wie es ist und wo war der Druck auf die Regierungen nach dem Konvent ihre Finger von dem Konventsentwurf zu lassen nicht Ratsgesetze wieder hinein zu tun nicht die Parlamentsrechte zu schwächen nicht den Legislativrat zu entfernen nicht die Grundrechtecharta mit Ausnahmen zu versehen nicht den Text in ein unzerleserliches Konvolut nicht die Fahne zu streichen und die Hymne die niemand unter den Bürgern verlangt hat wo war da der Protest an die Regierungen sich endlich in Europa einem anderen Geist nämlich dieser Respublika zu verschreiben meine Erfahrung verkürzt ist nein es sind nicht die Bürger die sich Europa und seiner Einigung in den Weg stellen es sind die Exekutiven es sind die Bürokratien es sind die nationalen Eliten die sich gekränkt fühlen in ihren Machtsphären es sind die es ist der Nationalismus der sich Europa in den Weg stellt wenn wir das begreifen werden wir für die Kritik dessen was Europa falsch macht auf welchen falschen Wegen es ist an die richtigen Leute nämlich an unsere eigenen Regierungen richten können danke Applaus 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 Also ich will einmal zuerst sozusagen radikal ein paar Dinge aus der Welt schaffen Demokratie ist kein Instrument zur Durchsetzung meiner Vorstellung Sie ist ein Verfahren zu Beschluss zur Willensbildung zur Entscheidung das einmal unabhängig gilt von dem was ich gerne möchte ich kann dann versuchen darin das zu überzeugen oder sonst was ich würde nie Demokratie befürworten weil es gerade in meinen Vorstellungen zugute käme das ist absurd der Kritik glaube ich das ist die Freiheit war für mich immer die Freiheit der anderen und Demokratie verlange ich überall auch wenn nicht geschieht was ich will sondern das Gegenteil und die Verführung ist genau so zu sehen ich darf sie feststellen natürlich ist es richtig dass die Kronenzeitung auch verführt im nationalen politischen es tut mir auch weh ich habe ja nur gesagt nichts ist tragischer für einen Demokraten als zu sehen dass Menschen verführt werden können mehr habe ich und ich würde überhaupt keinen Zusammenhang konstruiert sehen mit der Frage der Demokratie das ist für einen Demokraten eine Tragödie das zu glauben oder zu sehen ändert aber nichts daran dass das gut ich finde es verheerend dass die FPÖ gewählt wird würde aber nie einen Strich dagegen tun dass sie gewählt werden kann aber das ist der Widerspruch den wir in jeder Demokratie zwischen der eigenen Überzeugung und der Demokratie selbst erleben das muss man aushalten aber formulieren darf man es ohne dass man deshalb verdächtigt wird die Demokratie abschaffen zu wollen dass ich unter der wenn die falsche Überzeugung siegt die falsche meiner Auffassung siegt traurig sein darf auch aufhören darf das bleibt mir unbenommen und da würde ich dann bitten wir aber keinen keinen Widerspruch zu konstruieren zur Demokratie selber ja so na jetzt klären wir das einmal und daher wünsche ich mir dass die österreichische Verfassung zum Beispiel da ist es nämlich ohne Probleme einer endlich einer Volksabstimmung unterzogen wird und vermisse bei all denen die europäische Volksabstimmungen verlangen diesen simplen für mich selbstverständlichen Forderungskatalog ja ich habe es jedenfalls im gesamten Konvent und in der gesamten Österreich nicht ein einziges Mal gehört so und ich habe mich sehr darum bemüht sowas herauszufinden dass die europäische Frage etwas anderes ist glaube ich liegt auf der Hand sie ist insofern nichts anderes als über die österreichische Verfassung die österreichische Bevölkerung und über die europäische gefälligste europäische Bürgerschaft abstimmen soll wenn aber diese Selbstverständlichkeit angestweifelt wird und die nationalen Identitäten ins Spiel gebracht werden unter demokratischen Deckmäntelchen nämlich indem man sich die Einstimmigkeit der Staats- und Regierungschefs holt in dem Bereich der Referenda die dort schon undemokratisch sind also im Bereich der Referenda noch um vieles mehr undemokratisch sind wenn 26 Staaten über das Schicksal ein Staat über das Schicksal von 26 anderen entscheidet also wenn wir darüber reden wer ist souverän der europäischen Entwicklung und die Antwort ist hoffentlich unter Demokraten klar nämlich die europäische Bürgerschaft die es ja gibt die gesetzlich und vertraglich vereinbart ist die uns Wahlrechte die uns Freizügigkeiten die uns Grundrechte die uns Informationsrechte gibt das gibt es ja genauso wie es die österreichische Bürgerschaft gibt es die europäische und wenn das klar ist bin ich der Erste und ich habe ja die Anträge eingebracht und bin ja auf die Barrikaden gegangen nur wenn in Wahrheit die Verhinderung also die Demokratie instrumentalisiert werden soll zur Verhinderung und von den Staats- und Regierungschefs sich die Einstimmigkeit geklaut wird und gesagt wird ja wir machen 27 nationale Volksabstimmungen und nur wenn ihr so wie bei den Staats- und Regierungschefs alle 27 gewinnt dann ist das einfach perfide und warum ist es perfide weil es eine mathematische Rechnung ist wenn in 27 Staaten es eine Wahrscheinlichkeit gibt von 60% dass eine Volksabstimmung positiv ausgeht dann ist die Wahrscheinlichkeit dass sie tatsächlich positiv ausgeht 0,001% weil in 27 Staaten eine 60% Wahrscheinlichkeit eine unter 0,000 Wahrscheinlichkeit ergibt dass das in allen Staaten geht und die perfidige Diskussion geht nur darum nicht die Demokratisierung der Verfassungsentscheidung zu wollen sondern die Segmentierung der gesamten europäischen Bürgerschaft in die alten 27 nationalen Identitäten mit der absoluten Sicherheit der Verhinderung mit der mathematischen Sicherheit der Verhinderung gegen 26 andere Staaten den Willen aufzuzwingen und das hat mit Demokratie nicht das geringste zu tun sondern mit seinem Gegenteil Danke ich glaube der Punkt würde mich schon noch interessieren auch von Gerhard Hefner Ich versuche es kurz zu machen mit dem Ziel dass wir tatsächlich noch Gespräch haben also dass noch ein paar mehr zu Wort kommen können aber gleichwohl ich habe wieder trotzdem ich dem folgen kann Johannes was du sagst die Antwort eigentlich auf seine Frage nicht gehört also mit anderen Worten das ist sehr überzeugend vorgetragen aber der Vorwurf wird an der falschen Stelle angebracht also wenn du sagst Ziel ist die Segmentierung wenn du sagst Perfidie der Diskussion 27 das kann nicht gelingen das ist doch überhaupt nicht das Problem der Volksabstimmung sondern das ist das Problem das bei der Einigung auf diesen Vertrag als Verfahren beschlossen wurde steht im Vertrag selbst drin er tritt dann in Kraft wenn in allen Mitgliedstaaten dieser Vertrag ratifiziert worden ist das heißt dass die Einstimmigkeit Erfordernis ist sozusagen nach den selbstgesetzten Regeln also in diesem Fall den Regeln derer die den Vertrag gemacht haben der EU oder präziser gesagt der Staats- und Regierungschefs in der EU wo ich deine Kritik übrigens völlig teile dass sie die eigentlichen Machthaber sind an der Stelle und ungern Macht abgeben da sind wir uns einig nicht einig sind wir uns in der Konsequenz daraus und völlig uneinig sind wir uns darin dass du in für mich merkwürdiger Weise sozusagen hier regelmäßig dem Volk oder den Bürgern den schwarzen Peter zuschiebst mir völlig unerklärlich also das jetzige Verfahren war so wir haben ja im Konvent auch beraten und verhandelt es gab im Konvent also waren da als Gäste aber es gab keine Konventsitzung die wir ausgelassen haben es gab im Konvent wenn ich die Zahl richtig erinnere bitte nagen Sie mich hier nicht ich will es gerne nachher ratifizieren kann ich wenn ich in meinen Laptop gucke habe ich nicht im Kopf Zahlen habe ich nicht immer alle im Kopf gab es 98 Mitglieder des Konvents die unseren Vorschlag unterschrieben haben dass sie möchten dass dieser Verfassungsentwurf durch Volksabstimmungen in allen Mitgliedstaaten ratifiziert wird hat sich dann nicht durchgesetzt im Ergebnis was aber geblieben ist und nicht von uns kam war das Erfordernis der Einstimmigkeit so das heißt es regelt sich schlicht und einfach nach nationaler Verfassung in dem Land in dem das Parlament ratifiziert nach dortiger Verfassung wird es vom Parlament ratifiziert dort wo eine Volksabstimmung von der Verfassung her vorgeschrieben oder vorgesehen ist wird es per Volksabstimmung ratifiziert das war auch ganz unbestritten so dass das ganze solche Empörung lass mich das kurz zu Ende sagen hervorruft ist eigentlich erst an dem Tag passiert als die Franzosen und die Niederländer die unglaubliche Impertinenz hatten diesen Verfassungsvertrag abzulehnen und da muss ich mit aller Deutlichkeit sagen wenn man Demokratie so versteht jetzt auch in Irland wieder abgelehnt die Irren haben falsch abgestimmt jetzt müssen sie nochmal abgestimmen bis das Ergebnis stimmt dann verliert man die Zustimmung der Menschen statt zu überlegen woran liegt es denn also ich sag mal ganz offen als jemand der in vielen Ländern Europas mit Verfassungsdingen intim befasst ist eine Verfassung wenn man sie denn präsentiert wir sind uns ja einig es ist de jure keine Verfassung aber das Dokument trägt den Namen Verfassung für Europa sieht anders aus ist klar verständlich und 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 das ist dieses Dokument nicht das jetzige Dokument ist noch wesentlich unverständlicher als das ursprüngliche weil man indem man sozusagen den Namen geändert hat von Verfassung auf Vertrag hat man inhaltlich wenig geändert aber die Struktur so dass es nicht mehr lesbar ist also jetzt wenn ich Seite was weiß ich 47 aufschlagen da steht da in Artikel 66 wird folgendes geändert das Wort kann wird durch soll ersetzt in Artikel sowieso wird das geändert sowas und dann bezieht sich das auf verschiedene Verträge in verschiedenen Stadien die ich alle neben mir liegen haben muss um sie zu verstehen in Irland war laut Umfragen der Hauptgrund der Ablehnung dass die Menschen sagten sie verstehen das Dokument nicht und ich meine das also ich saß wie gesagt vorgestern mit dem Schweizer Botschafter und mehreren Schweizer Abgeordneten und einem Mitglied des Bundesrates zu Demokratiefragen in Berlin auf dem Podium und die haben gesagt wir würden uns einfach nicht trauen wir würden uns schämen mit einem solchen Dokument vor die Bürger zu gehen weil wir wissen wir müssen die Sachen bürgerfreundlich verständlich klar formulieren wenn wir eine Mehrheit bekommen wollen und das ist das Europa also ich habe mit Margot Wallström diskutiert wie kann man Europa den Bürgern näher bringen und so weiter du kennst doch die ganze Diskussion man kann es nicht wenn man sagt wir ändern hier strukturell und substanziell nichts aber ihr müsst zustimmen Bürgerbeteiligung heißt es muss ein offenes Verfahren sein die Bürger können ja oder nein sagen und ich muss nochmal in aller Deutlichkeit sagen ich glaube dass Europa dabei ist zunehmend an Zustimmung der Menschen zu verlieren aus solchen Gründen und wenn ich wenn mir Europa wichtig ist oder am Herzen liegt dann glaube ich es gibt gar keinen besseren Rat als zu sagen jetzt endlich die Bürger ins Spiel reinholen das heißt aber auch man muss das dann bürgerfreundlicher gestalten ein letztes ein letztes nur ganz kurz noch ich habe immer Probleme wenn man zu sehr in eins setzt Argumentum ad personam und Argument in der Sache also anders gesagt ich finde absolut berechtigt zu prüfen wer welches Argument aus welchem Grund vorgibt und ich finde nicht nur berechtigt sondern notwendig eine falsche weil verlogene EU-Kritik deutlich anzubrangern was ich wiederum problematisch finde ist wenn man sozusagen das sachlich vorgebrachte vorträgt dann sozusagen bestimmte Akteure aufspießt die aus fragwürdigen Gründen solche Argumente bringen zum Beispiel weil sie im Nationalstaat dasselbe Argument nicht bringen das alles in einen Sack zu schließen dann in den Sack zu hauen statt zu sagen da gibt es die und die und die sind nicht glaubwürdig aber deswegen ist das Argument noch nicht abgelehnt und in der Argumentation gibt es auch viele die sich glaubwürdig artikulieren also zum Beispiel mich trifft dieser Vorwurf überhaupt nicht insofern hätten wir jetzt die ganze Zeit aneinander vorbeigesprochen weil ich seit über 20 Jahren mich genau für die gleichen Ziele auch im Nationalstaat einsetze und das gilt für sehr viele die sich hier artikulieren und die ungern in diesen Sack gesteckt werden wollen vielleicht kann man kurz ohne technische Details die es zum Teil überfordern auf die Frage der Verständlichkeit eingehen durch Schaubigkeit darf ich vielleicht zwei nur ganz kurz also die Frage der Perfidie betrifft den Punkt wo die Einstimmigkeit die ein vertragsrechtlicher ein vertragsrechtliches Element ist mit der Demokratie verquickt wird mit der sie nichts zu tun hat der Vorgang der Vertragsänderung ist an die Einstimmigkeit gebunden nach den Verfassungsordnungen nach der österreichischen Verfassungsordnung ist keine Volksabstimmung weil keine Gesamtänderung der Verfassung erforderlich dagegen ist lange gestritten worden es ist würde ich sagen was in der Wissenschaft immer unumstritten sein kann in höchstem Maße unumstritten mit kleinen Ausnahmen das zu verquicken die Demokratie Argumentation zu verquicken mit der Einstimmigkeit und damit die Möglichkeit zu eröffnen den Vertrag unter allen Umständen zu verhindern das halte ich für unredlich wenn wir über nationale Volksabstimmungen reden dann müssen wir auch über die Mehrheitsentscheidungen in Europa oder wir machen gleich eine europäische Volksabstimmung aber nationale Volksabstimmungen und dann die Vertragsklausel der Einstimmigkeit sich noch in den Bereich der Demokratie zu ziehen wo sie nichts verloren hat das finde ich unredlich um das ganz präzise zu machen denn die die Vertragsklausel der Einstimmigkeit wurde geboren in der in der Definition der Union als internationale Organisation und eben nicht als politisches Gemeinwesen und jetzt haben wir das Problem der Transformation und wie du natürlich ganz genau weißt kann die Transformation wieder nur einstimmig passieren ja aber noch nie in der ganzen Geschichte ist sie einstimmig passiert in Amerika vielleicht zur Erinnerung hat man die Mitglieder des Konvents an den Sessel gebunden damit überhaupt die Amt das Anwesenheitsquorum im Konvent gegeben war an die Sessel gebunden und in Bayern das finde ich spannend das hat das Grundgesetz nie unterschrieben bis zum heutigen Tage sondern einfach nur toleriert wäre das was hier gefordert wurde in Deutschland tatsächlich realisiert worden es gäbe Deutschland nicht es gäbe das Grundgesetz nicht Bayern war dagegen und West Virginia ist heute noch nicht der amerikanischen Verfassung beigetreten und Texas hat heute noch eine Austrittsklausel aus der amerikanischen Verfassung also tun wir nicht so als wäre es jemals in der Geschichte gelungen eine so gewaltige Transformation ohne eine Überdehnung des Bestehenden zu erreichen wenn der amerikanische Konvent hat natürlich das Mandat überschritten er war nicht beauftragt zu einer Verfassung jeder der der Gegner war hat gesagt das ist unrechtmäßig heute ist es der Inbegriff demokratische Revolution aber damals haben sie gesagt ist alles unrechtmäßig er hat das Mandat überschritten die sind ausgetreten mit dem Vorwurf des Rechtsbruches und natürlich hat dann ein Madison gesagt zwei Drittel der 13 Staaten und wir verwirklichen es weil sie wussten und das weiß Entschuldigung wenn ich auf der abstrakten Ebene jeder Mensch guten Willens weiß dass 27 so wie die 13 es nicht können 27 Staaten in rein nationalen Debatten mit 27 erfolgen oder nichts findet statt dass das unredlich ist zu behaupten das ist ein gangbarer konstruktiver Weg weil das ist auf der einen Seite der demokratische Anspruch den ich teile und auf der anderen Seite die Vertragsklausel der Einstimmigkeit zu einem Paket zusammengezogen und dann steht Europa und kann nicht einmal mehr einen einzigen Satz beschließen das zu dem das ist noch eine wichtige Geschichte der Verfassungsentwurf hatte vier Kapitel war 30 Seiten hat alles erfüllt was hier behauptet wurde verlangt wurde er war klar er war eindeutig die Institutionenordnung im ersten Teil die Grundrechte Charta im zweiten Teil und im dritten Teil war die kurze Klausel über die Veränderung der Verträge mit Mehrheit so was haben die Regierungen gemacht in der Angst dass zwischen Verfassung und bestehendem Recht unterschieden wird und in Zukunft das bestehende Recht die bestehenden Verträge nicht mehr einstimmig sondern mehrheitlich verändert werden würden also zu einer Art allgemeinen Gesetzbuch kommt aus Angst haben sie das gesamte bestehende EU-Recht von 400 Seiten an diesen Konventsentwurf zwangsweise angeklebt aber dann soll man bitte wenn man das kritisiert und die Unleserlichkeit und die All das dann soll man bitte die dann komme ich noch einmal zu meiner Hauptbotschaft dann soll man gefälligst die Regierungen anklagen und nicht Europa es hat es hat das weder das Europäische Parlament getan noch der Europäische Konvent noch die Europäische Kommission es haben das die nationalen Regierungen und zwar in einer Regierungskonferenz die kein EU-Organ ist getan in einer völkerrechtlichen Regierungskonferenz haben sie das getan und dann soll man die bitte beim Namen nennen und nicht sagen Europa hat eine unverständliche Erklärung geschrieben dann hat das Parlament gesagt was zu tun ist nach dem Nein in Frankreich und Holland die Regierungen haben es nicht getan wer wird angegriffen Europa und nicht die Regierungen und da finde ich ist einfach die wesentlichste Unterscheidung um in der Kritik überhaupt weiter zu kommen unterscheiden wir einmal was unsere eigenen Regierungen falsch tun und uns als Europa an den Pranger stellen und was Europa tut dann werden wir da einen Ausweg finden bei die Untertitelung des ZDF, 2020